Sie ist heiß und zeigt das auch gerne. Tanja Tischewitsch hat ihre tollen Kurven noch nie versteckt und postet immer wieder Fotos und Videos von sich auf Facebook und Co., die sie in sexy Posen zeigen. Doch ausgerechnet die sind jetzt auf diversen Pornoseiten aufgetaucht. Ein User lädt die kurzen Filmchen nämlich regelmäßig hoch. Ein Schock für Tanja. Die junge Mutter kann gar nicht glauben, was da passiert. Das Weihnachtsvideo habe ich erst vor ein paar Tagen gemacht, klagt sie im Interview mit InTouch. Die Rede ist dabei von einem kurzen Clip, auf dem man das Dekolleté der brünetten Beauty sehen kann. Sexy ja. Doch von Porno ist das wirklich weit entfernt. Doch diese fiese Aktion will Tanja nicht auf sich sitzen lassen. Sie droht mit harten Konsequenzen. Der kriegt eine Anzeige, stellt sie gegenüber InTouch klar. Gut so.